so herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme wir stehen nach wie vor hier oben auf dem Dach ohne uns und er ist lebt schon ein Lohr das ist aber nur da oben auf das Nervvoll ja komisch Oma hat man ja auch mal die Buckeleise und schnauzen Luca hat ganz am Anfang ganz am Anfang also kurz vor der Aufnahme schon mal was vorbereitet und zwar einen Kuchen er nur nicht Bock so wo und man sich in diesem Ort ist jetzt hierhin Prozent ja genau ich habe beim letzten Video in den Untertiteln also hier in den die ich eingebaut habe geschrieben dass hier Asymmetrie drin ist so behoben super gut jetzt selbst in Kuchen Newe machen dann Holzblock hin da ich hab'n Holzblock ich mach den und schützt drauf okay ja ich hab'n Kuchen als 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 oft wie es nur Kuchen ja zum Teil es sind ja doch oder ja ich würde schon sagen ja okay kommt sie irgendwie aus wie wenn der Redstone drin wäre aber egal neuer los weiter was machen wir diese Aufnahme genau so so dass sie sich hier die Frage wie immer und die zweite ja toll was machen jetzt Tja woher kommt dieses Hühnchen Prozent Prozent aus Südkorea die E-Nom ich habe 6 Eier also ich habe festgestellt dass wir hier auch noch was zu tun haben das heißt er soll jetzt mal kurz vier Erde Sparks ja auch hier mal eingelegt Alter 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 vier Eier Arne Halt gebrauchen ja doch am Anfang 4 1 ganz gut Prozent so hier Alter Prozent kann es sein dass Prozent die Klinik eine Hühne da er wohl auch was soll es sein können es labern sie ja was kann sein das labern sie die also wie viel Leitern Bromben Prozent drei ich habe eine Frage wahrscheinlich bekommen sowieso 4 haben wir Leder Prozent ja haben wir glaube ich da können wir daraus nur Rüstung machen oder haben wir zu wenig Prozent wozu eine Lederrüstung wenn wir doch Eichen haben da warum nicht und dann muss auch mit Leder gebrauchen gehen ein Leder richtig und ein Leder aber zu machen jetzt den Dienstpunkt von Spiegel ist du hast Obsidian ich mache jetzt ob sie die Art Krupp so wird ja du kommst ne warte mal kurz ich bringe hier gerade in den Leiter an unserem Hühnerstall an Elke so und es wird auch schon nacht zack zack naja natürlich erlegt mal wieder also ich lege mich mal kurz ins Bett so viele Brusten auch nicht zack Kohl ist auch Alter hier sind 20 Gold dran so und nachher genau die Stücke auch hier ist es nicht so so also und neulich kommt mir es kommt zu mir das kommt ja genau ich geht es mal Kartoffeln und Karotten an Pflanzen er ist viel zu viel Kies kann es sein weiß nicht ja und schon viel Koppel halbster und davon er kann es kurz so was so braucht kannst bitte sortieren gleich neulich neulich kommt nicht so das ist noch ein das muss Schilder filmen da so drei Schilder neulich was soll ich sortieren ja die Kiste hier ganz rechts äh die hier die so so und jetzt kommt es nein warte ich bringe jetzt erstes Zeug an ich brauche es zu essen Prozent in der Kiste drin hat es noch ein paar Sachen in der Essenskiste Abbrot er kommen können Brot machen doch richtig viel ich pflanze jetzt gerade noch um den Karotten und Kartoffeln an aber ich war mir doch ein Feuerzeug weiß ich mache mir zwei also hinten kommen Karotten weil da brauchen wir nicht so viele und vorne kommen Kartoffeln in der Mitte meine ich so geht es zack 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 okay das war es also schon so und die drei Schilder brauchen wir jetzt um und stelle ich die auf die stelle ich mal noch nicht auf den Ballen sehen das mache ich hier rein nun das ist richtig so ein da haben einmal so Claudio ja jetzt gehen wir mal ein so kommen jetzt Moment noch jetzt ob sie die haben und zwei Wochen Lauer so die jetzt auch kriegen wir auch die letzte Schild Karlsruhe kommt jetzt mit du kommst jetzt mit gleich die nicht gleich jetzt um so okay die Schilder sind fertig ich ich gehe in die Höhle ne oh geil ja wenn dann gehe ich mit wo bist denn du äh nein ich habe einen Fehler gemacht Luca wo bist du hier oh Standard nur noch ein Hum Luca hat mich verlassen hier unten und ich habe keine Idee wo er sein kann hier bin ich hier auch ein Jo ein Jo wo bist du ich bin bei dem Sieber den Brust nicht springen hier rum ach da 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 ich sehe nicht ich dich nicht ja äh warte und ich nach rechts ah ja genau sie sind nicht so ich sehe dich da bist du wollen wir einen Zaubertisch machen ne ja so und jetzt finde ich mal wenn du gut bist Luca es heißt nicht wenn du gut bist sondern ob da du gut bist nee nicht da wenn du gut bist weil du gut bist finde ich dich äh weil ich gut bin ja jetzt komm mal mit und wir suchen jetzt Lava weil ich gut bin so hier geht's rein zack 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 ich hab meine ach was hab ich meine auf 50 Prozent mach ich das halt das ist cooler kommt was war kein Jahr ich hab auch verbreitet also wir suchen jetzt nur Lava kein Zeugs ja zu spät hier sein er da ist überall Eisen an dem ist doch mit vorne ist auch heißen aber jetzt ist nicht gesagt dass ich nicht geht wenn ich jetzt nicht aus und Sante Vierktings naja da ist nix aber zu dunkel da könnten man es ist von nun weit genug wechseln hier auch aber jetzt ist Gott hinter Kies ist öfters mal was Korin vorunter Oliessen Kompon schützen wo geschützt ist es ist doch Bogen Schütze und sonst nichts okay so wie viele Fakern aus dem Ort neun Kiesst sich halbzeichen und gar nix hier ist nix ich hätte uns sicherlich hier muss was sein Claudio hier ist überall Kies ich höre hier so eine Fledermausen hier ist nicht okay unser Server legt irgendwie gerade ein bisschen ja bei mir nicht fällt bei dir der Kies runter ja okay dann muss ich schon passiert du bist nicht mehr wütend bei Berserker wenn es fertig ist du bist nicht mehr wütend was ist denn Alter was ich jetzt mit meinem Server los äh was machst du ja es hat mich gerade vom Server runtergeworfen so egal Alter hab ich mich erschreckt was wo bist du? hier ist nix ein gar nichts einfach ein Loch auch so ich ersticke ich mich auch hier ist noch reingungen Nadir ist der gleiche wir sind hier aber kommt er ist Alter guck dir es mal an was einfach mal 200 drin Koko Kronen das Ziel aber wir suchen uns irgendwas zum sobald so ein guter da hier hat ein schluchten da auch gut wenn du mich findest du siehst du mein Name Prozent ich kann schon auf geradeaus ja genau richtiger Weg ja da kommt es in der Eichsiedig Goldkrieg unter hier ist sicher Brunnen ist auch nichts zu uns gibt es doch nicht Abbaus oder Alter was ist eine Bergbau Prozent gute Frage ich habe 52 Bergbau inzwischen warte ich habe eine Spinne gehört Bergbau 9 Alter so in etwa da irgendwo ja da ist eine Höhle wo 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 geht es weiter Luca wo 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 komm mal wieder rein oh geil ja wir wollen Florian oder ich schüttel und so wie ja wohl Kronen Prozent 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 wie sind hier viele Zombies bis zu treffend Brüder über die Verkürzung der Füße ist nicht so sie ist noch ein Bogenschütze kostet zu ihr Euro und findest du mich überhaupt wollen ich weiß nicht ich denke schon hier bin ich du musst mich sehen auch hier geht es weiter auch da bist du ja hier bin ich so viel Fackeln habe ich auch nicht mehr ich habe nur noch eine und die sich genau hier ich setze mich hier so und so bis zu Adolf er gelaufen ja ich komme und denke ich wenn ich darüber klar Bergbau 53 Punkt Alter was bringt das bitte ja wenn du rechtsklick machst kannst das ganze Zeug Turbo abbauen ich brauche Essen hast du was Prozent ein Brot in vier Ofen Kartoffeln aber ich habe nur noch Prozent drei Dinger wo ich mir was zu tun okay keine Fakten mehr keine Stücke keine Kohle geil ich habe Stöcke und ja und da ist Kohle okay und meine Ohr macht auch noch mal mit weil es einfach Spaß macht und ich bin untergefallen nicht so fast sie hier einfach mal gar nichts fuck wo bin ich runtergefallen Luca ja ähm Alter ja ah da bist du hast du mich ja dann komm mal zu mir ich bin da stell dir stell vielleicht mal ein paar Fackeln auf wie wärs ja ich habe nur noch gar keine ja mach dir mach dir welche ich denke du hast Stöcke ja jetzt ich mache aus dem ganzen Zeug ja und du hast Kohle ja Alter aus Köln das noch mal kurz zurück und die hoch die hochheblich ist nichts aber ich höre hier es geht nicht da kann man nicht nichts sein ich komme nicht mehr raus ich brauche es zu essen die Bier aus inzwischen stehen oder ich werde zum Zungen Christoph so komm her nimm und 55 sich alter zieht sich nicht so ist du das kann ich schon länger benutzen ja wo ich schätze bei dir weg war bei mir zockt heute heute ist aber um Arsch kommt kommt hier runter links hieß es euer wohl ich höre uns gelärt ja ich hab grad geklärt kommst du ja und hier ist doch vor überprüfen der Gott ruhig hier sind Kipp und Skelett richtig gut ich weiß was du vorhast und gehe dabei mal ein Eisen aus der Wand holen geschafft schießen die sich jetzt selber ab dort war ich muss hier kurz noch zu da und und was du ohne Arke Jörgst von Schöpfen ich habe alle Werkzeuge ja ich hab ich hab's es hört sich immer so gefährlich an wenn man nur das zwischen hört halter und und die Welt kommen Schäuze schießt sich die Städte wieso steht wie kann ich ja weil es nicht trifft neun ich hab gekillt Scheiße Schade Prozent Holzer Fock stell ich mal hier hin hier unten ja was ist dann stelle ich hier Städtchen stelle ich genau drunter wo drunter ja da genau da da ja da ah ok also das war eine relativ kurze Aufnahme ich muss jetzt nämlich schon gehen ja also ich hab noch was vor auch wenn wir jetzt nicht wirklich viel gemacht haben aber immerhin sind wir mal ein bisschen weiter gekommen und ich würde sagen wir bleiben hier mal stehen und also also wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Warte 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 ich hab noch was vor was machst du jetzt wo Spaß und noch über die Fockelteste und Zähne ist aha Warte da ja komm doch mal weg so da passiert doch eh nix ja egal das Verfahren ok also gut dann stehen wir hier in unserer Höhle ich mach da mal noch eine Fackel dran dass wir wissen wo wir raus müssen ich mache mal ein bisschen Fockeltz alter übertreibt es nicht Luca da habe ich schon wissen dass sie mir gehören so die Bombe danach ab dann wird es noch lustiger also gut dann auch vielen Dank fürs Zuschauen wie gesagt wirklich lang was nicht 20 Minuten glaube ich also eine Folge eine Folge aber immerhin ok dann noch gut wir sehen uns in der nächsten Aufnahme tschüss tschau 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 tschau